Die 220 Quadratmeter große Tierarztpraxis am Sarnberg besteht seit September 2011. Im offenen und hellen Empfangsbereich werden Sie mit einem Lächeln begrüßt. Die freundlichen Mitarbeiter nehmen sich direkt Ihrem Anliegen an, um Ihrem Tier schnell Hilfe zukommen zu lassen. Dafür sorgt auch das optimierte Terminmanagement. Im barrierefreien Wartebereich kann der tierische Patient zur Ruhe kommen und seine menschlichen Begleiter haben die Möglichkeit, sich mit anderen Tierhaltern auszutauschen oder sich am Infoscreen über wichtige Entwicklungen in der Tiermedizin zu informieren. Guten Tag, mein Name ist Dr. Wolfgang Brünneberg und ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Praxis geben. Die beiden Behandlungsräume sind einladend eingerichtet, strahlen Wärme aus und vermitteln eine heimische Atmosphäre. Neben den üblichen Vorsorgeuntersuchungen wie Impfung, Reiseprophylaxe und Behandlung von Alltagskrankheiten, bietet die Praxis die Möglichkeit zur eingehenden Untersuchung bei komplizierten Erkrankungen. Dr. Wolfgang Brünneberg blickt auf eine über 12-jährige Laufbahn als Tierarzt zurück und konnte schon viel Erfahrung in renommierten Tierkliniken sammeln. Darüber hinaus trägt er den Titel Fachtierarzt für Kleintiere. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen, welche ebenfalls umfangreiche Berufserfahrung in einer Tierklinik vorweisen können, kümmert er sich fachmännisch und mit Herz um seine tierischen Patienten. Dank seiner Erfahrung als Chirurg und dem Zusatz Teilgebietsbezeichnung Chirurgie beim Kleintier können in der Tierarztpraxis am Sarnberg neben normalen Weichteiloperationen auch komplexe Eingriffe wie beispielsweise Augen-, Wirbelsäulen- oder Gelenkoperationen durchgeführt werden. Knochenbrüche und Bandscheibenvorfälle sind ebenfalls bei uns behandelbar. Ob kurze Operationen oder komplizierte Eingriffe, Ihr Tier ist in der Mühlheimer Praxis gut aufgehoben. Die Praxis ist überdurchschnittlich modern ausgestattet und bietet neben einem hochmodernen Ultraschall und einem besonders strahlungsarmen Röntgengerät auch die Möglichkeit, das Bildmaterial in jedem Behandlungsraum zur Verfügung zu stellen. Im hauseigenen Labor können Kot- und Urinproben direkt vor Ort untersucht und Blut- und Organwerte schnellstmöglich erfasst werden. Bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen besteht weiterhin die Möglichkeit einer Gehirnwasseranalyse. So werden die Wege verkürzt und Ihr Wegbegleiter ist schneller wieder gesund. Für akute Hilfe bietet die Tierarztpraxis ein Notfalltelefon. Sollten sich also ein Unfall oder eine drastische Verschlechterung von Symptomen ereignen, kann man auf schnellstem Wege Untersuchungen für sein Tier bekommen. Im Falle einer Überweisung wird großen Wert darauf gelegt, dass Ihr Tier schnell durch Ihren Haustierarzt weiter behandelt werden kann. Deshalb werden auch am selben Tag alle Untersuchungsergebnisse auf digitalem Weg an ihn weitergegeben. So hat Ihr Tier die Möglichkeit, von einem ihm vertrauten Arzt weiter behandelt und ideal versorgt zu werden. Die Tierarztpraxis am Sarnberg bietet die moderne Ausstattung einer Tierklinik einschließlich hochqualifizierter Ärzte, ohne dabei auf die Menschlichkeit einer Tierarztpraxis verzichten zu müssen. Das Wichtigste für uns ist, dass Sie und Ihr Familienmitglied sich bei uns wohlfühlen und dass es Ihnen bald wieder besser geht. Das Wichtigste für uns ist, dass Sie nur die Sicherheit in der Stadt liefern können, dass Sie nicht nur die Frage der Stadt liefern sind. Vielen Dank.